Wer uns folgt, sieht dann, dass wir live sind, ne? Und zwar jetzt auch nur auf unserer Facebook-Seite. Ja. Genau. Live. Hier steht, Sie sind in der Sendung. Jeder kann Sie sehen und hören. Das Mikrofon ist stumm geschaltet. Naja, du bist ja hier bei meinem Mikrofon dabei. Guck mal, jetzt läuft hier ein Countdown. Ich bin so aufgeregt, Jenny. Ich bin wirklich aufgeregt. Du bist doch der Profi hier und du bist aufgeworfen. Nach 15 Sekunden. Ich habe doch keine Ahnung von... Aber ja, Fernsehen ist nicht so dein Ding, gell? Absolut nicht. Guck mal hier. Jetzt kommt der Hund an meinen nackten Beinen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Yeah. Premiere im Pferde-Podcast. Wir nehmen Folge 302 auf. Und wir testen mal was Neues. Das Kuriose ist, Menschen, die unseren Podcast ganz normal hören, bei Spotify zum Beispiel, bei Apple Podcasts oder wo auch immer, am Montag, wenn die Folge erscheint. Die werden es gar nicht merken. Aber wir nehmen diese Folge zum ersten Mal sozusagen live auf. Oder andersrum. Wir nehmen ja immer live auf und wir schneiden auch nichts mehr im Nachhinein. Aber wir haben insofern die Tore mal geöffnet für alle, die uns folgen. In diesem Fall konkret bei Facebook, die unserer Facebook-Seite folgen. Ich habe mich extra gestylt. Du hast dich extra gestylt. Wir gehen quasi während wir das aufnehmen live auf unserer Facebook-Seite zugegeben. Es ist ein bisschen unfair denen gegenüber oder allen gegenüber. Man hätte es ja im Vorhinein sagen können. Weil der Sinn der Übung ist ja, dass man quasi während wir aufnehmen, dass man uns dann auch Kommentare zurufen kann zum Beispiel, dass man sich mit einbringen kann. All das haben wir ja vor und wir haben es halt nur noch nie gemacht. Wir wollten es jetzt mal ausprobieren, wie sich das alles so anfühlt. Und wenn wir so ein bisschen sicherer werden bei dem Thema, wir gehen live, während wir den Podcast aufnehmen, dann werden wir das natürlich und natürlich, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir es gut finden, dann werden wir das in Zukunft auch häufiger mal machen. Erstens und zweitens dann natürlich auch im Vorhinein ankündigen, sodass man dann tatsächlich den Effekt hat, dass während wir hier unseren Podcast aufzeichnen, man sich auch einmischen kann, wenn man das denn will. Und noch seinen Senf dazugeben kann zum Beispiel. Und alle Vorteile, die mutmaßlich damit vielleicht verbunden sind. Damit sich alle zu Hause fühlen und damit alles so ist wie immer, machen wir jetzt aber erstmal den Hafer- und Bananenblues, sagen, worum es in dieser Folge geht. Dann ist der Manni dran mit der Pferdepodcast-Hymne und dann geht's los. Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Kleine Fußnote für Menschen, die jetzt hier zufällig zu uns kommen und die hier reingeraten bei Facebook und sagen, guck mal an, was ist denn hier los? Der Pferdepodcast ist live. Wenn jemand einen das jetzt kommentiert oder so, dann sollten wir das theoretisch praktisch hier auf unserem Rechner auch sehen können. Also meldet euch ruhig und gebt euren Senf dazu. Vor allem der Peter. Das wäre sozusagen der Peter Schreier. Der Peter Schreier, der soll sich ja unbedingt bei uns melden, weil er uns ein Interview geben soll zu den Haflingern in der Frankfurter Festhalle. Jenny, der Reihe nach. Wir sprechen natürlich wie immer über deine drei, ich muss mir abgewöhnen zu sagen, Jungpferde. Ab nächstem Jahr sind AC und Klecks erwachsen. Die letzten Wochen, wo man noch Jungpferde zu ihnen sagen darf. AC, DC und Klecks. Und Nesthäkchen Benni, der ist noch ein bisschen länger Jungpferd. Der ist noch ein bisschen. Der ist noch Pferdekind. Genau, darüber sprechen wir. Es ist noch genau eine Woche bis zum Lehrgangswochenende zu Raimund Wille bei Raimund Wille. Heute sind einschneidende Dinge passiert mit Blick auf dieses Lehrgangswochenende. Da werden wir sprechen. Wir reden ja jetzt schon dann doch ein paar Tage darüber. Jetzt wird es auch die Premiere für Benni beim strengen und renommierten Reitlehrer Raimund Wille. Im Moment stand jetzt, es stand seit anderthalb Stunden oder so, sieht es leider so aus, als könnte diese Premiere noch ins Wasser fallen und noch ein bisschen auf sich warten lassen. Warum, erklärst du gleich. Ansonsten haben wir ja aufgerufen unter der Woche. Stichwort Tipps gegen die Kälte. Es ist wirklich kalt geworden. Schneegestöber gestern. Aber ich mag es lieber so als 35 Grad. Okay, das hast du schon mal gesagt. Aber also gestern war so zum ersten Mal gefühlt so richtig Winter. Schneegestöber, man konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Was habe ich gemacht im Schneegestöber? Ja, sag mal. Ich habe unseren Reitplatz gewalzt, weil da geht es nämlich am besten. Da schwitzt man nämlich nett, wenn man walzt. Das ist Fitnessstudio. Also wer gerne Fitness machen will, immer her zu uns Platz walzen. Nur die Harten kommen in den sogenannten Garten. Also Jenny walzt den Reitplatz auch bei, keine Ahnung, wie viel war es gestern? Null Grad, ein Grad, irgendwie sowas. Und Ordnung halten im Stall. Das ist auch wieder da, die große Überschrift. Und keine Löcher auf der O.S. säuft. Genau, bitte alle eure Löcher zurecheln nach dem Longieren. Ihr Arschgeigen. Hast du mal auf den Tisch gehauen bei dir im Stall? Habe ich gehört, ne? Ja. So war es, glaube ich. Wo war ich stehen geblieben? Weiß ich nicht. Wortfindungsstörungen. Einzelne kleine Zehenwärmerchen, die man sich quasi so wie so über die einzelnen Fußzehen stülpt. Nein. Ich hatte ja mal so Socken, so Zehensocken, wo man jede einzelne Zehe in den Socken, also in dieses Ding da steckt. Ich dachte, das sei gemeint, als die Hörerin von Zehenwärmern anfing, aber weit gefehlt. Das ist ein Produkt. Da legt man die Zehen nur so drauf, oder? Ja, das kommt so. Unter die Zehen. Unter die Zehen, quasi zwischen Socke und Schuh. Es ist ganz hauchdünn, weil du hast diese dicke Füße, hast du schon gesagt, ne? Ich habe große Füße. Große Füße. Man hat eh keinen Platz in meinen Schuhen. Schlanke, große, wohlgeformte Füße. Habe ich nicht. Jedenfalls 99 Cent. Ich darf keine Flossen. Ich kann ohne Flossen schwimmen. 99 Cent kostet das Produkt. Und ich habe, also wir haben es schon bei Instagram gesagt. Kann man es aufladen? Ne, das ist glaube ich schon einmal. Oder muss man es dann wegschmeißen? Genau. Okay, aber für 99 Cent kann man es auch wegschmeißen. Irgendwie kohlenstoffchemische Reaktion. Also dein Schuh, dein Reitstiefel wird kurzzeitig zu so einer Art Atomkraftwerk. Ohne Atom. Und dann wird es hot. Und gut. Und danach tut man es wieder weg. 99 Cent. Ein Wegwerfartikel. Coole Sache. Jedenfalls. Also es gibt noch viel mehr Tipps. Wir werden die mal so ein bisschen vorlesen. Wir haben noch Nadine zu Gast. Aus der Vergangenheit. Ich habe aber ein aktuelles Intro für sie gebastelt. Mittels künstlicher Intelligenz. Auch sehr lustig. Und dann gucken wir mal, was noch so hier links und rechts des Weges kommt. Jetzt spielt der Manni die Hymne, würde ich vorschlagen. Wir gucken mal, ob es irgendwelche Kommentare schon gab bei Facebook Live. Klammer auf. Ich glaube nicht. Klammer zu. Aber kann ja noch kommen. Wir sind ganz allein. Wir sind ganz allein. Also gefühlt ist bis jetzt alles so wie immer. Außer, dass wir abgefilmt werden. Was du ja nicht so magst, muss man ja schon sagen. Du fängst dann da an mit irgendwelchen Bügeleisen für die Haare und so. Ich habe ganz viele Locken. Ich mache meine Haare immer glatt. Mit dem Kletteisen heißt es. Kletteisen. Nicht Bügeleisen. Also du hast dir die Haare gebügelt und wie auch immer. Also ihr müsst das zu schätzen wissen, liebe Hörers. Jetzt kommt der Manni und dann geht's los. Hier ist der Pferde Podcast. Es gibt noch keinen Folgentitel. Es gibt noch kein gar nichts. Wir sprechen ganz klassisch über deine Pferde. ACDC, Benni und Klecks. Es sind sehr lustige Videos entstanden im Laufe der Woche. Benni ist schon ein Kindskopf. Läuft hinter dem Klecks her und will ihm die Decke ausziehen. Er läuft doch immer hinter dem AC her und ärgert den. Warum will der die Decken ausziehen? Decken ausziehen ist bei ihm so eine Art Hobby, kann man so sagen. Der will spielen. Der ist einfach. Diese Temperaturen sind für den natürlich totales Wohlfühlwetter. Der ist den ganzen Tag am Rumzammeln und Spiel mit mir und irgendeiner. Und Klecks ist ja dann auch schon sehr direkt und da verpiss dich. Einmal Kick, weg. So auch in dem Video, das du gepostet hast. Aber dem AC geht er echt auf den Wecker. Also wenn ich den Klecks reite und AC und Ben sind alleine, dann hat AC nichts zu lachen. Dann muss der hoch und runter galoppieren. Rein in den Stall, raus aus dem Stall und wieder rein in den Stall. Und ich jag dich nochmal und einmal hoch, noch einmal runter. Und komm, jetzt spiel doch mal. Und AC ist echt angenervt. Und dann um die Heuraufe rum und wieder zurück. Und ich cutte dich dann ein bisschen. Dann fängt er an mit ihm so wie Kuh-Cutting. Ehrlich? Dass er ihn nicht mehr hochlässt und ihm den Weg absperrt. Also es ist wirklich sehr witzig. Der Benni jetzt. Der Benni, ja. Er will halt spielen. Er ist ein junges Pferd. Und es gibt ja, also man versteht schon, wenn man jetzt als Pferd nicht komplett bösartig ist, was ja bei AC DC ohne jeden Zweifel der Fall ist. Und Klecksi ist ja auch nicht wirklich bösartig. Also wenn die dann nicht ganz arschig werden wollen, haben sie aber auch kaum eine Chance, sich dem zu entziehen. Weil der hängt, also der klebt halt auch an denen und knabbert an denen rum. Und es ist schon auch ein Stück weit aufdringlich, was er da veranstaltet. Also AC ist wirklich sehr geduldig. Und Almut hat mir gestern erzählt, gestern Mittag irgendwann waren Klecksi und AC im Stall und Benni ist mit dicken Armen in den Stall. Dann hat es im Stall gerumpelt und gepumpelt und raus kamen Klecks und AC. Und Benni blieb drin. Ach Gott, die Almut hat gesagt, da habe ich mal große Augen gemacht. Also ich dachte ja, jetzt kommt gleich der Benni rausgeschossen, nachdem es gerumpelt hat. Nee, AC und Klecks kamen rausgeschossen und Ben hat sich drin mal breit gemacht. Das sagt ja auch, also das sagt dann wiederum eine ganze Menge aus. Er sägt an den Stuhlbeinen. Über das Gefüge innerhalb der Gruppe. Ich wollte es gerade sagen, die Hackordnung, wir hatten es schon mal davon. Und er ist ja auch, also ich fütte ihn ja immer unten an der Heuraufe. Ich habe so einen Hänger, Tröger und dann hänge ich den unten in die Heuraufe. Und wenn ein Pferd auf dem Platz geritten wird, dann ist der richtig giftig. Obwohl das Pferd ja fünf, sechs Meter weg ist und nur da vorbeiläuft. Aber dann werden mal die Ohren angelegt und da wird mal gedroht. Hier, das ist mein Futter. Also auf gar keinen Fall kommst du hier zu nah. Okay. Und die anderen beiden muss ich oben absperren, dass es da kein Gekloppe gibt. Also der muss schon alleine da unten stehen, dass er in Ruhe fressen kann, weil er ja auch viel mehr Futter kriegt als die anderen beiden. Der Benni. Ja, er ist ja immer noch sehr mager. Also er braucht einfach so viel Futter, weil er auch so viel Energie verbraucht. Und der kriegt ja zweimal am Tag, kriegt er ja richtig eine große Schüssel mit Luzernikops und Hafer und Müsli. Und also es wird schon eine ganze Menge Futter da reingefeuert in das Pferd, dass er groß und stark wird. Dann lass uns doch mal aber reden über, ja Stichwort groß und stark. Und dann soll er ja auch arbeiten. Gut, das soll er ja jetzt schon so zumindest. Also es geht so langsam los. Und du denkst ja auch daran, mit ihm dann nächste Saison so ganz zart, vielleicht könnte man dann mal anfangen, ihn auch mal vorzustellen. Du hast es schon gesagt, du legst die, also du bist da a tiefenentspannt, was das Tempo angeht und du legst die Latte relativ hoch. Du möchtest gerne sicher sein, dass ihr erfolgreich sein könnt. Sehr erfolgreich gewinnen, hast du gesagt. Also immer in der Theorie, also ich will nicht aufs Turnier fahren, um aufs Turnier zu fahren, sondern ich will ihm vorstellen, wenn ich sicher sein kann, er könnte das auch gewinnen. Wenn alles klappt, kann er auch gewinnen. Was sich ja oft auch mit deinen Wünschen und so, also generell mit deinen Vorstellungen, ja auch bei den anderen beiden deckt. Aber da hast du gesagt, da bist du noch ein bisschen taffer. Und also so, das ist nur als Selbstzweck. Ich möchte gerne einen Tag mal auf einem Turnier rum waltern, egal was passiert. Okay, also das hatten wir. Um waltern, da ist es wieder. Aber worauf ich raus wollte, ist ja im Grunde genommen, es geht dann ja auch so ganz langsam jetzt los mit der Vorbereitung darauf, ganz zart. Und es steht und stand im Raum, nächstes Wochenende, Raimund Wille ist in Town. Unsere treuen Hörer wissen das ja. Der Reitlehrer, dem du sehr viel Vertrauen entgegenbringst und der auch ein gutes Auge hat und das beurteilen kann. Also es würde sich total anbieten, eigentlich mit Benni da mal vorstellig zu werden und zu sagen, Hallihallo, das heißt ja nicht, dass ihr ihn da eine halbe Stunde zwiebeln müsst und er kommt dann auf allen Vieren da wieder rausgekrochen, sondern genau, also einfach ihn da mal vorstellen. Jetzt sind heute Dinge passiert. Was für ein geduldiges Pferd er ist und so brav, wirklich. Also Carmen Vollbach würde drüber lachen, das wollen wir mal festhalten. Also Carmen Vollbach, Pferde verlieren Eisen. Fünf Minuten vorm Europameisterschaftsstart und dann wird es wie beim Boxenstopp in der Formel 1 gewechselt, das Eisen und dann geht es los und man wird Europameisterin. Ganz so ist es bei dir dann doch noch nicht. Der Schmied übrigens, den ich habe, der hat auch in Stadel gelehrt. Der kennt es da alles. Guck an. Ja. Da konntet ihr ja fachsimpeln schon, ne? Ja, total, machen wir jedes Mal. Okay. Ist der denn auch ösi? Nee, der hat nur da gelernt. Nee, der hat eine ösige Frau. Du weißt, was ich meine. Allegra, es tut uns leid. Unsere liebe Allegra, die Hörerin aus Österreich. Jetzt kommt die ösige Hörerin. Wie soll ich das? Wie kommen wir da jemals wieder raus? Das kannst du noch nicht mal schneiden, weil das live ist, oder? Nee, das live ist raus. Die ösige Frau aus Österreich. Die ösige Frau. Jetzt haben wir, komm, da muss man auch in die Offensive gehen und sagen, wir haben einen Folgentitel. Die ösige Frau. Okay, also ihr habt gefachsimpeln. Genau. Entschuldigung. Jedenfalls, also Benni hat ja sehr kleine Rufe und der hat sich ja das letzte Mal so ein Stück abgetreten, wo er ja auch ein bisschen lahm ging. Ich hatte davon erzählt und der hat wirklich, also wir haben gesagt, wir machen da Eisen drauf. Auch kalt beschlagen, also der wurde nicht heiß beschlagen, sondern falls ein Eisen abfällt, dann ist das immer nicht so schlimm. Aber er hat schon gesagt, das wird nicht halten. Aber wir probieren das. Aber es war der Auslöser sogar für die Eisen, dieses rausgebrochene Stück, dass der Huf in Ruhe wachsen kann. Und es hat sogar relativ lange gehalten. Günther hat es ja dann nochmal einmal drauf genagelt. Und jetzt ist es aber tatsächlich, also gestern Abend habe ich zu Günther noch gesagt, Günther, dein Eisen hält immer noch. Und ich hätte es nicht sagen sollen. Es ist dann heute beim Reiten abgeflogen. Und ich habe sogar, also wir sind galoppiert und dann hat er wahrscheinlich irgendwie, er hat auf einmal gestoppt. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass er sich das Eisen schiefgetreten hat. Und er ist ganz brav weitergelaufen. Und ich dachte noch so, was ist das denn für ein komisches Geräusch hier? Immer so blöck, blöck. Dann hat ihn das Eisen sogar immer ans Bein gehauen, an das andere Bein beim Traben. Und er ist trotzdem ganz brav weitergelaufen. Und es hat einen Moment gedauert, bis ich geschnallt habe, was da passiert ist. Und dann bin ich natürlich sofort abgestiegen, habe das Eisen dann komplett runter gemacht. Und jetzt hat er halt vorne nur ein Eisen. Und mit einem Eisen kann ich nicht auf den Lehrgang fahren. Ich habe jetzt gesagt, bis der Schmied kommt, der kommt jetzt in zehn Tagen, kann das jetzt erstmal so bleiben. Günther hat angeboten, nächste Woche, wenn er Zeit hat, kommt er nochmal runter. Und wenn er, er guckt mal, wenn er es wieder drauf kriegt, kann er es drauf machen. Dann könnten wir fahren und wenn nicht, dann nicht. Dann ist auch okay. Du hattest mit Günther schon Kontakt? Ja. In den paar Minuten, als ich hier das ganze Graffel aufgebaut habe und wo ich denke, dass du eigentlich im Büro sitzt und arbeitest? Ja. Ich bin ja Multitasking. Verstehe. Ich kann mit dem Günther schnacken und kann arbeiten. Okay. Also die Sache mit dem Eisen macht es ein bisschen schwieriger. Muss man mal abwarten, ob das geht. Man will ja da auch jetzt nichts irgendwie kaputt machen oder so. Um Gottes Willen. Ich will auch, bevor dann irgendwelche, kommt bestimmt das andere Eisen muss auch ab. Ich würde das andere Eisen gerne drauf lassen, weil das der Huf ist, der so stark ausgebrochen war. Und je länger das Eisen da drauf bleibt, umso mehr kann der Huf ja noch nachwachsen. Also da würde ich dann schon sagen, wir lassen das andere Eisen einfach drauf. Wir machen es nicht ab. Wir haben ganz weichen Boden und wenn ich wirklich ins Gelände gehe, dann kriegt er auf den anderen Huf einen Hufschuh. Das geht schon mal ein paar Tage. Also bevor man jetzt sozusagen an dem einen Huf irgendwas kaputt macht, indem man das Eisen wieder drauf macht, macht man lieber eher tendenziell das andere Eisen runter oder lässt so, wie es ist? Normalerweise macht man dann das andere Eisen auch runter. Wenn man sagt, es geht nicht mehr drauf, dann macht man eigentlich beide Eisen, also alle Eisen ab. Dann lässt man das Pferd nicht mit einem Eisen laufen. Ich würde das jetzt mal so machen, dass ich den mal ein paar Tage mit dem einen Eisen laufen lasse. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Aber der Günther kann mal gucken. Der Günther kann mal gucken. Der Günther kennt sich aus. Und wenn der sagt, geht, dann geht. Dann vertraue ich dem Günther. Ganz schön viel Verantwortung für er, weil der war ja pricey, das weiß der auch für Günther. Ich drücke mal den Themenwechselknopf und ich muss mal ganz kurz, mich lässt es ja nicht los. Man guckt so mit einem Auge manchmal jetzt auf den, Entschuldigung, liebe reinen Podcast-Hörer. Wir testen und probieren ja hier gerade rum mit dem, ich habe es eingangs gesagt, mit dem. Wir sind live. Ja genau, ist jemand da? Ich schreibe das jetzt mal, jetzt habe ich meine Kamera abgerissen. Genau. Ich schreibe jetzt mal da rein, ist jemand da? Harley? Hallo? Mach nicht so lange, die Hörer sehen ja nicht, was du machst. Das ist wie bei einem Fußballspiel live kommentieren. Du musst ja auch immer reden, weil die Leute ja nicht sehen, was da auf dem Spielfeld passiert. Also musst du immer sagen, was da passiert. Hast du früher immer gemacht? Genau, so ist es. Der ist so wackelig, das Ding. Jetzt müssen wir hier mal ganz kurz. Jetzt hat er technische Probleme. Da sind wir wieder. Da ist er wieder. Ich habe den Themenwechselknopf gedrückt und wir sprechen natürlich auch über deinen Haflinger ACDC, weil wenn ja mal eins feststeht, dann, dass der AC teilnimmt an dem Lehrgangswochenende mit Rhein und Wille. Also mit dem gehst du ja auf jeden Fall dahin. Es bleibt dabei, dass die Turniersaison für dieses Jahr, es gibt keine Turniere mehr, Punkt. Es gibt noch Festhalle Frankfurt, da habe ich aber nicht genannt dieses Jahr. Spesslein. Nürnberger Burgpokalfinale ist doch da. In dem Zusammenhang hatte ich dir ja die Frage gestellt, ob so Leute wie Semiko Rothenberger oder so für uns kriegbar sind. Schwierig, sagst du, ne? Glaube ich schon, ja. Schwierig, okay. Also ich sage mal so, hättest du dich mal qualifiziert für die Festhalle sportlich, dann hätte man sagen können. Wir gehen mal mit den Rotenbergers einfach mal ein Säckchen trinken. Ja, wir treten ja gegeneinander an, ein Säckchen trinken, davor, danach, vor der Prüfung und dann. Also es würde vieles vereinfachen, wenn du das sozusagen, also wenn du das mal so, könnten wir das vielleicht für 2025 mal so planen. Hängt mich an, ja. Okay. Ups. ACDC, erzähl. Trotzdem, was macht er, was ist der Stand der Dinge vor dem Lehrgangswochenende mit Raimund Wille? Du hattest ja in den Tagen jetzt so oder in den letzten Folgen immer mal so ein bisschen was erzählt, dass ihr auch euch schon an die anspruchsvolleren Lektionen hier und da mal rantraut im Training sozusagen. Und du hast gesagt, es klappt eigentlich auch ganz gut, es macht richtig Spaß mit ihm zu arbeiten. Und nein, es stört dich nicht, dass es keine Gelegenheiten gibt, das mal zu zeigen und irgendwelche Wertungsrichter dazu zu nötigen, die ganz hohen Noten zu zücken. Also du sagst, es ist alles im grünen Bereich und ihr habt einfach Spaß am Miteinanderreiten sozusagen. Ja, ich war ja letzte Woche auch bei Hubert im Cavalletti-Training und natürlich kommen da immer nochmal unsere Mankos hoch. Also gar keine Frage. Ich weiß ja auch, an was wir arbeiten müssen. Also wir müssen, es sind immer noch so die gleichen Baustellen. Mittlerweile ist er allerdings viel gerade geworden. Das merke ich daran, wenn wir zum Beispiel Rechtsgalopp über Stangen galoppieren, ist er früher immer umgesprungen. Also er ist nie im richtigen Galopp gelandet. Das passiert uns jetzt nicht mehr. Also das ist ein Zeichen dafür, dass er schon wesentlich mehr gerade gerichtet ist als noch vor einem halben Jahr. Und an was wir halt wirklich noch arbeiten müssen, ist an diesem Zünden am Bein, gerade im Galopp, dass er da ein bisschen schneller reagiert. Wenn wir zum Beispiel auf einer kleinen Wolte galoppieren und wirklich mal so ein bisschen die Pirouette so antesten und dann wieder das rausreiten. Das ist jetzt so unser Thema, dass er ein bisschen spritziger am Bein noch wird und dass er halt wirklich auch ein bisschen schneller reagiert, wenn ich sage, komm nach vorne. Dass er auch wirklich nach vorne groß wieder weiter galoppiert und sich nicht dann wirklich so festhält und dann auf der Stelle rumhasen galoppiert, sondern er muss dann auch wirklich wieder raus galoppieren. Das sind so die Hausaufgaben, die ich von Hubert bekommen habe. Du musst viele Übergänge reiten. Immer mal wieder fordern, dass der wirklich starken Galopp und wieder rausreiten und auch mal auf der gebogenen Linie oder mal an der kurzen Seite zulegen und nicht nur an der langen Seite. Also das sind so Dinge, die Hubert mir mitgegeben hat in dem Cavaletti-Training, was ich auch diese Woche so geübt habe. Übe ich auch immer mal wieder an der Longe mit ihm, dass ich ihn wirklich so ein kleines bisschen zurückhole und ein bisschen versammle im Galopp und ihn dann wieder rausschicke auf der gebogenen Linie. Das ist ein gutes Training, das gibt Kraft im Hinterbein und das macht er auch schon ganz gut. Er braucht immer so ein kleines bisschen eine Aufforderung, aber wenn er mal verstanden hat, was ich von ihm will, dann macht er das auch alles super. Im Draht ist das überhaupt kein Problem. Im Draht ist er super spritzig am Bein und unser Problem ist dann immer noch so im Galopp, dass er da nicht zu sehr sich klein macht und dass der Galopp groß bleibt. Und dass der Rhythmus erhalten bleibt. Hat das, also ist es da auch wieder, also ich frage ja dann oft nach, woran liegt es und so weiter. Das hat wahrscheinlich alles damit zu tun, dass die Dinge, die du dann da verlangst, das ist schon alles anstrengend, so aus der Bewegung heraus, also solche Dinge zu machen und dann keine Ahnung. Also er schwitzt sogar bei einem Grad, hatte sogar geschwitzt diese Woche, das ist halt dieses dicke Fell, aber wie gesagt, mein Schärversuch ist kläglich gescheitert, die Schärmaschine ist tot. Ist sie schon bei Ebay drin? Sie ist schon verkauft. Ich habe sie ja nie benutzt. Eine Frau der Tat. Ich habe sie ja nie benutzt, weil sie halt wirklich, sie ist halt extrem laut, sie war nicht so teuer damals. Aber es wäre ja schade, wenn man die jetzt wegschmeißt und wenn sie noch jemand hat für seinen Pony oder so, das völlig taub ist, ist das glaube ich absolut okay. Da kann man noch ein paar Mal mit sharen. Also, wenn er Glück hat, kaufst du eine neue, oder? Oder ist die auch schon bestellt? Ich werde meine liebe Freundin Vanessa fragen, ob die mir mein Pony schert. Die hat nämlich eine Profi-Share-Maschine und die kann das richtig gut. Und die kann mir vielleicht einen AC-DC-Blitz auf den Arsch scheren. Also nicht auf meinen Arsch, sondern auf ACs Arsch. AC-DC-Blitz, das wäre ja cool. Die sehe ich morgen und da frage ich die, ob die nicht vielleicht mal kommen mag und mein Pony scheren will. Und du glaubst, dass es mit einer leisen Share-Maschine gehen könnte? Ich meine, du kennst ja deinen Pony ziemlich gut, ne? Ja, ich glaube, wenn das nicht so einen Krach macht, ist das für ihn auch nicht so schlimm. Okay. AC freut sich schon auf Raimund Wille, ne? Das ist, ja. Ja. Der wäre, glaube ich, auch froh, wenn der Haflinger nicht so viel Fell hätte im Lehrgang. Ich sage mal so, unter dem rein sportlichen Aspekt ist das ja wahrscheinlich auch schlicht und ergreifend so, ne? Absolut, ja. Also wenn man dann so viel Sport machen will und da so in die Vollen geht, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich, naja, es ist halt besser, wenn man noch ein bisschen leichter unterwegs ist sozusagen. Ja, bisher habe ich ja immer gesagt, dann mache ich nicht so viel im Winter, aber da waren die Pferde halt auch noch ein bisschen jünger und dann habe ich auch noch gedacht, ach, muss man nicht unbedingt. Aber jetzt ist es wirklich so, wenn ich in der nächsten Saison wirklich M und zwei Sterne M reiten will, dann muss ich den Winter über durchtrainieren. Da kann ich nicht sagen, wir fahren das jetzt mal runter, solange er dickes Winterfell hat und dann muss ich schon ein bisschen mehr durchtrainieren. Und Scheren und eine Decke drauf ist ja auch ein ganz guter Kompromiss für beide. Ich wollte gerade sagen, da hast du ja auch nie gesagt, das geht gar nicht oder so, sondern das ist quasi akzeptiert. Meine Kamera macht immer ein bisschen, also das ist sozusagen eine Variante, die ist vollkommen okay. Also das passt und genau, naja. Und war das denn so, dass du in den Jahren vorher immer so von der Tendenz her das Training im Winter ein bisschen runtergefahren hast? Schon, okay. Da habe ich immer gesagt, ich mache nicht so viel, ein bisschen weniger ist auch okay. Also nicht so, dass sie immer schwitzen. Aber bei diesen anstrengenden Lektionen und auch das, was wir so im Training machen, ich reite ja jetzt keine zwei Stunden, aber trotzdem ist das Training für ihn körperlich anstrengend. Und je mehr Fell er hat, umso leichter schwitzt er natürlich auch. Und jetzt bei den Temperaturen, das Fell trock zu kriegen, ist schon schwierig. Deswegen ist es, glaube ich, für ihn auch einfach angenehmer, wenn er nicht so viel Fell drauf hat. Ach so, das trocknet dann auch gar nicht so richtig. Ich denke, ja, verstehe ich schon. Gut. Den Themenwechselknopf habe ich ja schon gedrückt und hatte es eigentlich gemacht mit Blick auf, okay, es fehlt ja immer noch einer und das ist der Klexi, über den haben wir in den vergangenen Wochen ja häufiger mal gesprochen. Stichwort... Er hat so viel Fell, der kann sich gerade gar nicht bewegen. Ist das so? Das Plüschpferd. Das sieht aus wie ein Mammut. Ein Mammut, alles klar. Stichwort Distanz reiten, Stichwort Western reiten, Stichwort dann doch wieder Dressur reiten. Wo seid ihr denn jetzt mittlerweile so irgendwie angelangt oder gibt es, keine Ahnung, gibt es irgendwie eine Strategie, die sich so rausschält oder ist es weiter so diese Suchphase? Ja, es ist weiterhin die Suchphase. Es gibt noch keine Strategie und es gibt auch noch keinen Plan. Also ich lasse es jetzt einfach mal so laufen. Ich reite ihn relativ häufig. Also ich lasse ihn auch im Training. Er schwitzt im Gegensatz zu AC fast nie. Also er kann auch wirklich, er hat total viel Kondition, er hat super viel Ausdauer, er schwitzt nicht. Man kann ihm zwei Stunden reiten und er hat kein nasses Haar, obwohl er ganz viel Winterfell hat. Aber dann denke ich doch schon mal so ein Distanzpferd wäre, wäre er glaube ich echt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da gut durchhält. Und da wurde ja auch gesagt, dass man so ein 40 Kilometer glaube ich einfach mit einem normal sportlich trainierten Pferd einfach mal machen kann. Also ich habe mal so ein bisschen gegoogelt und ich gucke mal, was es so gibt. Vielleicht wage ich mich einfach mal auf so ein Distanzritt. Muss ich mal gucken. Also dass ich einfach mal gucke, wenn es nicht so weit weg ist, weil normalerweise muss man da glaube ich relativ weit fahren. Also so hat es Lisa zumindest erzählt in dem Interview, dass das jetzt nicht alles um die Ecke ist. Aber andererseits, warum soll es nicht auch Veranstaltungen bei uns um die Ecke geben? Und man muss ja nicht so wie Lisa gleich mit einem Distanzritt in Portugal loslegen. Genau, muss man einfach mal gucken. Aber im Moment bin ich noch ganz entspannt und lasse es einfach mal auf mich zukommen. Vielleicht wird er ja doch auch noch ein Dressurpferd und ich reite noch ein bisschen L-Dressur. Ja, ich fand auch, das war ein sehr interessantes Interview mit Lisa vom Podcast 100 Meilen ausreiten als Pferdesport, weil ich finde, sie hat das so, also es hat so deutlich gemacht, dass es zum einen, wie du gesagt hast, diese deutliche sportliche Komponente hat. Das ist denen also nicht nur ums Touristische, wir schaukeln mal durchs Gelände und gucken uns die schönen Schwarzwaldberge angeht, sondern das ist ja wirklich als Sport. Verstehen die das? Und absolut, das kann man nachvollziehen. Aber trotzdem hat sie halt auch beschrieben, dass da auch so Suchende wie du und der Klecks, also dass das durchaus zu so einer Art Heimat werden kann und dass es aber halt auch einfach Veranstaltungen gibt, wo man einfach so zum Austesten mal teilnehmen kann und um es mal auszuprobieren und zu gucken, ob das etwas für jemanden ist. Jenny, dann würde ich vorschlagen, ich drücke nochmal den Themenwechselknopf und wir kommen zu den Tipps gegen die Kälte. Und die Tür bleibt natürlich weiterhin offen und unsere Kanäle bleiben weiterhin offen. Stichwort, also wer, was ich sagen will, wer noch was hat oder so, gerne her damit. Wir posten das dann in unseren Social Media Kanälen, wir packen das auf unsere Homepage und 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 werden es hier im Podcast noch aufgreifen. Aber es gab natürlich auch schon auf den ersten Aufruf hin diverses Feedback. Stichwort Zehenwärmer habe ich ja schon genannt. Es gibt ein konkretes Produkt für 99 Cent, für sagenhafte 99 Cent. Bei Instagram habe ich es schon gepostet und wir werden es auch auf die Homepage nochmal packen. Das kannst du dir, glaube ich, auch mal angucken. Wobei du gesagt hast, du hast deine Thermoreitstiefel, ne? Genau, bis jetzt hatte ich noch keine kalten Füße. Okay. Dann hat die ösige Hörerin, die ösige Hörerin, hat gleich zwei Tipps für uns dabei. Die liebe Allegra, die nicht nur T-Shirts designen kann für den Pferde-Podcast, sondern auch gegen die Kälte sehr gut gewappnet ist. Sie schreibt, eine Thermoskanne mit Zimt-Tee. Zimt sei super wärmend. Das klingt doch lecker. Kannst du es mitbringen beim Einkaufen? Zimt-Tee? Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Also du hättest jetzt wahrscheinlich ganz, also ihr da oben auf dem Berg hättet ganz billig gesagt, Glühwein ist sozusagen das Geheimrezept. Aber das macht halt betrunken und ist jetzt nicht so gut fürs Ausreiten. Also Zimt-Tee ist eine Wunderwaffe und sie schreibt auch den dicksten Mantel der Firma, kennst du das? U-H-I-P. Heißen die U-H-I-P oder U-H-I-P? Okay. Teuer, schreibt sie, aber Schweden wissen, was echte Kälte ist. Das stimmt. Die haben wirklich tolle Sachen, ja. Ist wohl eine schwedische Firma. Kann ich ja auch mal googeln, ob es da irgendwie, keine Ahnung, ob die das direkt vertreiben oder ob es irgendwelche Händler gibt, wo man das kriegen kann. U-H-I-P, die Schweden. Kann man, glaube ich, direkt auf der Seite bestellen bei U-H-I-P. Bestimmt. Die haben wahrscheinlich so viele davon, dass sie es auch verkaufen. Dann hat Anja geschrieben, eine Schuhbeheizung, eine Sohle mit Akku und beheizbare Handschuhe mit Akku, gefütterte Stiefel und Mantel dazu. Das mit den Akkus hatte, ich weiß gar nicht. Hatte mal jemand, ich weiß auch, ja. Das hatte mal jemand. Muss man sich vielleicht nochmal angucken. Anja schwört jedenfalls drauf. Und letzter Tipp. Die HKM Heizweste. Hat eine Kollegin aus dem Stall. Ich warte noch auf den Black Friday. Das ist natürlich auch immer eine gute Strategie auf den Black Friday. Stimmt, die Heizweste, die gibt es ja auch noch. Es gibt auch so Heizjacken, glaube ich. Ja, kennst du das? Aber mir ist, also ich frieh nicht am Stall, weil ich irgendwie, ich schwitze immer. Manchmal ziehe ich die Jacke aus, auch wenn es nur 0 Grad sind. Ich bin ja früher bei 0 Grad im T-Shirt geritten, weil ich immer nicht mit der Jacke reiten konnte. Das mache ich jetzt nicht mehr. Aber mir ist immer nicht kalt. Wenn man natürlich dann da steht und gibt Reitunterricht oder so stundenlang, dann ist das natürlich was anderes. Aber ich äppel ab, ich miste, ich fütter, ich reite, ich putze die Pferde. Da wird es mir warm. Also mir ist nicht kalt am Stall. Deswegen mag ich das lieber Sohnwetter als im Sommer. Witzig nämlich immer, das mag ich gerne. Auf dem Reitplatz stehen. Und sollte dir mal ein bisschen frostig werden, walzt du ja euren Reitplatz. Genau, wenn es mir kalt ist, fahre ich mit der Walze über unseren Reitplatz. Genau, wird der Reitplatz gewalzt. Guter Tipp für alle überhaupt. Also überhaupt der goldene Tipp. Man kann gar nicht oft genug den Reitplatz walzen. Das stimmt. Wenn dann die guten Reiter kommen, die für M-Dressuren trainieren. Zum Beispiel. Die brauchen einen guten Boden und die sind da sehr anspruchsvoll. Ich übrigens auch. So. Und ich schimpfe immer, wenn da Löcher drin sind. Dass ihr es wisst. Und du hast gerade gesagt, das ist vielleicht ein anderes Game für Menschen, die wie die liebe Nadine. Wir müssen mit der Kamera uns noch was überlegen. Es ist witzig, wenn die sich selbstständig macht. Es ist vielleicht noch ein anderer Schnack. Wenn Menschen wie die liebe Nadine auf dem Reitplatz stehen und anders als du sich ständig bewegen mit Pferd und so weiter, sondern eben einfach da stehen und ihre Reitschülerinnen anleiten. Und dann ist das, ja, dann kann man schon mal eher ins Schnattern geraten. Und dann macht man sich eher noch mal ein paar mehr Gedanken über, was kann ich gegen die Kälte tun? Und wir haben mit der lieben Nadine darüber gesprochen, was kann man gegen die Kälte tun? Und das verhackstücken wir jetzt noch mal mit ihr. Und das ist jetzt aber auch der Moment, wo wir uns von unseren Facebook-Live-Hörerinnen und Hörern verabschieden. Weil das Gespräch mit Nadine haben wir vorher aufgezeichnet. Deshalb gibt es jetzt erstmal nicht so viel zu sehen. Dafür aber zu hören. Wir sagen einstweilen Tschüssikowski in den Facebook-Stream, ob jemand dabei war, live oder nicht. Das haben wir gar nicht gemerkt. Wer weiß das schon. Es war für uns jedenfalls mal eine wichtige Erfahrung, funktioniert das technisch? Vielleicht hat uns auch gar keiner gesehen, weil irgendwo das nicht funktioniert hat. Genau. Und das kann ja natürlich sein. Und ich glaube, das Erste, was wir jetzt machen, wenn wir unsere Podcast-Aufnahme beendet haben, ist alles ausschalten, abspeichern und dann erstmal gucken. Bei Facebook gucken. Bei Facebook gucken waren wir live. Also das ist, und wenn ja, dann gucken wir mal, ob wir gut aussehen. Wir gehen natürlich schwer davon aus, dass wir sehr gut aussehen. Immer. Und sollte das alles so sein, dann könnten wir beim nächsten Mal ja auch im Vorfeld uns darüber Gedanken machen, wie die Kamera hält, dass die nicht dauernd hier durch die Gegend schwenkt. Und wir könnten ja im Vorfeld dann mal Bescheid sagen und das tatsächlich mal irgendwie nutzen, dass der ein oder andere, der sich da möglicherweise aktiv in ein Thema einbringen will oder der einfach mal Interesse daran hat, wie sehen die beiden Flitzpiepen denn überhaupt aus, der dann einfach mal gezielt zu der Zeit, die wir sagen, dabei sein kann und sich da dazu schalten kann. Und dann gucken wir mal, wo sich das hinführt. Und man kann natürlich auch noch weitere Menschen hier mit auf die Bühne holen. Auch das ist ja zum Beispiel unsere Lieblings-Europameisterin Nicole Weidner, um die so das zu erzählen. Die sitzt jetzt so wahrscheinlich auf dem Pony, die kann jetzt nicht live gucken. Das wäre es doch mal. Eine Live-Schaltung zu Nicole Weidner auf dem Pony. Das muss man Nicole aber vorher sagen, weil die muss sich dann auch erst mal stylen. So, nein, die Nicole, also wenn sich jemand nicht stylen muss, dann ist es die Nicole. Das bringt sie aber immer. Ist aber falsch gedacht. Ja. Okay, bevor wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste kommen, sagen wir Tschüssikowski an die Facebook-Community. Die ganze Sendung, wie immer, am Montag im Podcast-Player eurer Wahl. Wir sind dann mal weg und beenden den Livestream bei Facebook. Und wir begrüßen unsere liebe Nadine vom Berg. Und ich habe natürlich, Jenny, ich habe dir extra einen Kopfhörer dahin gelegt. Zieh den doch nochmal auf, weil wir haben ja die künstliche Intelligenz für uns entdeckt, die mein Arbeitskollege Peter, der liebe Peter, uns Intros gebastelt hat. Ich habe für die Nadine auch einen kleinen Song gebastelt, den Nadine-Kälte-Song. Achtung. Machen wir jetzt aber nochmal von Anfang an. Nadine steht auf dem Feld voller Schwung. Mit warmem Herz gibt sie allen Schwung. In der kalten Luft, die Pferde sind bereit. Und sie weiß genau, wie man die Kälte verteilt. Warme Dicken, heiße Tipps im Gefäng. Mit Nadine riss die Kälte schnell weg. In der Kälte reiten, das ist ihr Ding. Die Pferde tanzen, wenn Nadine singt. Das ist ja ziemlich viel auf einmal. Die Pferde tanzen, wenn Nadine singt. Vor allem Nadine. 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 Und in der Kälte reiten, das ist ihr Ding. Ich weiß auch nicht, ob sie das unbedingt so unterschreiben würde. Aber Nadine hat lieber Sommer. Wir lassen es mal dahingestellt. Wir freuen uns jedenfalls, dass sie nochmal bei uns da ist. Mit ihren bewährten Kälten. Bei uns da ist. Bei uns da ist. Bei uns im Pferde-Podcast. Alter, was für ein Deutsch. Wir freuen uns. Hallo Nadine. Hallo Nadine. Hallihallo erstmal. Ich freue mich, dass ich mal wieder dabei bin und was quatschen darf. Und wir erst. Genau. Ja, Winter hier oben ist definitiv was anderes. Also ich bin ja mein Leben lang geritten. Aber auch unten in der Ebene. Da ist Winter definitiv was ganz anderes als hier oben. Dann kam ich hier hoch und habe die Schneehölle kennengelernt. Aber ich muss sagen, auch lieben gelernt. Weil das, was unten halt oft einfach eisig und glatt und gefroren ist, haben wir hier oben Schnee. Wir sind auf knapp 700 Meter. Und 500 Meter ist meistens Schneefallgrenze. Und sobald es Schnee hat, können wir hier wundervoll reiten. Das muss ich wirklich sagen. Also es ist total hart zum Autofahren. Das muss ich ehrlich sagen. Da tun mir immer die Eltern der Reitschulkinder sehr leid. Aber wenn die dann hochkommen, dann ist es wirklich herrlich. Und Faustregel ist, wenn es einmal so richtig geschneit hat, dann geht es auch nicht mehr weg, ne? Meistens nicht, ne. Also gut, ich muss sagen, im Dezember geht es meistens nochmal weg. Januar, Februar bleibt dann meistens liegen. Okay, du hast gesagt, ihr habt Schnee und dann ist Reiten auf dem Schnee angesagt. Das bedeutet auch, es gibt keine Winterpause oder irgendwie sowas. Also dein Reitschulbetrieb und deine Reitschülerinnen und Schüler, die kommen auch im Winter und es geht einfach so durch. Geht es denn, also geht es einfach so oder gibt es schon irgendwelche Dinge, auf die man sich dann einstellen muss und irgendwas, was dann vielleicht anders ist als im Sommer? Ja, auf jeden Fall. Das muss ich schon sagen. Also wir können eigentlich relativ normal weitermachen. Das Einzige, wenn es jetzt wirklich nur gefroren ist, dann können wir da nicht reiten. Das ist mir dann auch zu gefährlich. Und auch auf der harten Wiese, das habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, das ist hart wie Beton, wenn mir die Kinder da drauf fallen. Das möchte ich nicht. Da ist dann in der Tat Pause. Pause heißt aber, die können in der Tat kommen und wir machen zum Beispiel Bodenarbeit. Bodenarbeit, ja, oder gehen mit den Chattis spazieren oder wir üben Zöpfeln fürs Turnier. Solche Sachen gehen ja immer, aber reiten ist dann unter den Bedingungen nicht möglich. Reiten ist grundsätzlich möglich, ist Springen auch möglich? Also wir machen, naja, was heißt Springen? Wir reiten sehr viel, wenn es jetzt so Schnee hat auf der Wiese bei uns, auf den Koppeln rum. Und ja, da liegt dann auch zufällig mal ein Baumstamm oder da steht mal ein Kreuz, das schon. Aber jetzt richtiges Springtraining mit engen Wendungen und so weiter, das geht auf keinen Fall. Enge Wendungen ist ja ein gutes Stichwort. Die Hufe, die Füße der Pferde, müssen die in irgendeiner Form besonders präpariert sein für den Winter? Wie macht ihr das? Weil du hast ja auch nicht nur ein, zwei Pferde, sondern es sind über 20, glaube ich, oder über 30 sogar. Nee, irgendwie immer zwischen... Über 20. Paar und 20, die genaue Anzahl darf ich wegen meinem Mann nicht verraten. Er hat sie noch nicht durchgezählt. Ja, in der Tat machen wir die Winterfest im Sinne von, passt zu eurem Thema, die Eisen müssen runter. Weil das ist wirklich in der Tat gefährlich. Die rutschen hier rum wie noch was. Ich habe leider zwei Pferde, die muss ich beschlagen, die können ohne gar nicht laufen. Da haben wir jetzt letzten Winter erst, nach jahrelangem Rumprobieren, mit Stollen reindrehen und was auch immer, haben wir jetzt Schleichwerbung Kunststoffbeschläge probiert über Winter. Da braucht man keinen Schneegripp, die Stollen nicht auf und es rutscht nicht so sehr. Auch schon, man muss schon vorsichtiger reiten als mit den Bauhofpferden, aber es ist besser. Okay, lass uns kurz sprechen auch über das Thema Schutz vor Kälte. Jetzt sind ja die Reitschülerinnen und Reitschüler nicht gar so betroffen, weil die machen ja was, die betätigen sich sportlich. Aber du als Lehrerin stehst ja dann schon viel auch in der Kälte, musst da stundenlang das ertragen sozusagen. Der Pro-Tipp von dir, wie kann man sich gegen die Kälte schützen? Und man kann ja, also ich weiß schon, später am Tag kann man dann vielleicht auch mal ein Glühwein oder ein Sektchen trinken, aber morgens um 10 kann man da ja noch nicht mit anfangen. Ja, nee, das geht leider noch nicht. Ich habe auch sehr, sehr viel rumprobiert. Das A und so ist gute Schneebekleidung, muss ich sagen. Ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal, guck, siehst du, right overall, sieht auch nicht ganz so dick aus, finde ich. Sag jetzt was Falsches, ne? Also, ja, ja, ja. Der ist wirklich super. Und ansonsten habe ich wirklich Schneehose und dicke Jacke an und Zwiebelluck drunter und Handschuhe mit Innengummibelag. Was ich noch gar nicht gefunden habe, sind wirklich, falls irgendein Hörer Tipps hat, Stiefel, warme Stiefel. Und zwar Stiefel, die nicht nur eine Stunde im Stall halten, sondern den ganzen Tag, wenn du im Schnee stehst. Ich habe alles ausprobiert. Es funktioniert nichts. Also nichts, was länger als vier Wochen hält vielleicht. Also das ist wirklich immer noch ein Problem, was ich nicht im Griff habe. Und der Rest einfach dick und fett anziehen und immer mal wieder umziehen, wenn man nass ist. Also ich bin, glaube ich, die einzige Frau, die so viel Garnitur und Schneesachen hat. Und andere haben den Schrank mit anderen Sachen voll. Also Dinge, die auch so, sagen wir mal, jetzt so Skifahrer oder so sich zulegen, oder? Das ist dann mit langer Unterwäsche und so Thermo-Geschichte. Also die Skiabteilung. Genau, volles Programm. Ich habe auch einen Ski-Reithelm, den ich als Reithelm umfunktioniert habe. Dass die Ohren schön zu sind, sieht zwar ein bisschen doof aus, aber ist mir egal. Hauptsache ich habe warm. Gilt das Gleiche auch für die Reitschüler, also für die Menschen, die auf den Pferden sitzen? Oder andersrum gefragt, man kann sich, wenn man auf dem Platz steht, ja sehr dick anziehen. Gilt das für Reitschüler auch? Oder, also ich frage jetzt laienhaft, oder geht dann irgendwann auch mal sozusagen die Einwirkung aufs Pferd möglicherweise flöten, wenn man da wie so ein Michelin-Männchen auf dem Pferd sitzt? Also hat das da Grenzen? Lustigerweise ist es in der Tat nicht ganz so einfach. Die Kinder, gerade die Kleineren, ich habe ja auch ab Dreijährige hier zum Reiten. Und dann sage ich, das ist mir auch egal, wie das aussieht. Die werden dick und fett eingepackt. Also die haben auch Schneehosen an. Den Älteren stelle ich das frei. Also ich selbst reite auch in Schneehosen. Und das ist manchmal verdammt rutschig. Also wenn man dann mal wieder einen hat, der meint, der muss jetzt mal losbocken vor lauter Yippie-Jay-Jay, wir sind auf der Wiese, da kann man schon mal in Seenot kommen. Also es ist deutlich rutschiger. Aber ich muss sagen, nach dem Winter sind alle sattelfest. Sehr cool. Dann hat es ja auch so seine guten Seiten. Nadine, dann lass noch auf den letzten Punkt kommen, den ich mir auf meinen kleinen Gedanklicht-Zettel geschrieben habe. Und zwar, man kann ja im Schnee auch Dinge machen mit Pferd, die man tatsächlich im Sommer überhaupt gar nicht machen kann. Stichwort, sich an das Pferd hinten dranhängen und zum Beispiel Schier drunter schnallen oder sich auf den Schlitten setzen und dann von dem Pferd sozusagen ziehen lassen. Das macht ihr ja auch. Wir haben das auch schon mal in einem Video gezeigt. Für die, die es machen wollen oder sag doch mal grundsätzlich, da gibt es ja bestimmt eine ganze Menge Sachen zu beachten. Schon mal alleine, sodass das ganze Equipment, was man da einsetzen muss, worauf sollte man achten? Genau. Also die müssen quasi wie eingefahren sein, sage ich mal. Also ich habe einige Ponys, die sind auch eingefahren an der Kutsche. Die sind natürlich prädestiniert dafür. Mit den anderen muss man das wirklich langsam üben. Da dürfen meine Reitschüler auch helfen. Die wissen dann, wenn jetzt im Herbst mal schlechtes Wetter ist, machen wir zum Beispiel, fangen wir an, wenn wir das einem neuen beibringen wollen, machen Doppel-Longe. Das dürfen die Kinder auch machen, dass die lernen, okay, da ist was hinten dran. Dann irgendwann, wenn es wirklich Schnee hat, dann ziehen wir einfach mal den Schlitten hinterher. Muss man auch aufpassen. Mag nicht jedes Pony, wenn da einfach ein Schlitten hinten dran hängt. Ein Schlitten verfolgt mich, ne? Ganz genau. Also finden die meistens nicht ganz so prickelnd. Muss man sich wirklich ganz langsam dran gewöhnen. Pony, die brauchen Kutschgeschirr, ganz wichtig. Da sieht man manchmal ganz grauselige Bilder, wie die Ponys dann irgendwelche Stricke um die Brust Schlitten ziehen müssen. Bitte nicht machen. Wirklich in Kutschgeschirr investieren. Das ist deutlich angenehmer für die Ponys. Und die Pferde auch, natürlich. Genau, und dann langsam üben. Am Anfang ist es auch immer so, dass ich immer das Pony führe. Und hinten dran sitzt das Kind und hält sich einfach fest mit dem Schlitten und kann jederzeit loslassen. Und so üben wir das immer weiter. Und die meisten haben das recht schnell gelernt. Genau. Und irgendwann, wenn die dann ganz sicher sind, dann dürfen die Kinder auch selbst lenken. Ansonsten, die Kleineren werden natürlich geführt. Oder wir haben auch ein Geschirr, das man mit Sattel kombiniert nutzen kann. Dann kann ein Kind reiten und eins sitzt hinten drauf. Und die können sich immer abwechseln. Oder die, die Skifahren können, gehen mit dem Ski hinten dran. Das geht auch ganz gut. Das ist allerdings echt schwierig. Also sogar mein Mann, der von klein auf Ski fährt, fand das echt schwierig. Aber wenn man das mal am Laufen hat und alle Beteiligten wissen, was sie zu tun haben, stelle ich mir vor, ist das ein Riesenspaß, oder? Absolut. Also wenn, dann sind es eher die Eltern, die dann so ein bisschen zittern, weil sie nebendran stehen und sagen, oh, muss das sein? Aber die Kinder machen das ganz toll mit. Pferdepodcast, Folge 302. Wie heißt jetzt nochmal der Folgentitel? Die ösige Frau. Die ösige Frau. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Jenny hat ein Eisen ab, wollte ich schon sagen. Also Jenny hat ein Rad ab, Benni hat ein Eisen ab. Und es hat viel Spaß gemacht, dass wir, wir bedanken uns fürs Zuhören. Tschüss. Habt eine pferdige Zeit. Tschüss.